Dann bin ich zum Beispiel einfach froh, wenn ich Furt kann. Ich habe das ganze Jahr weiss Gotthard gearbeitet. Da wollte ich einfach nur noch Richtung Süden oder sonst einen Ort, wo die Sonne scheint. Gott sagt Sonne scheint. Und dann ist es einfach wichtig, immer gut eingereben. Weil ich holen mir dann schon lieber eine Brünnig als ein Brünner unter dem Stil. Das war jetzt auch ein bisschen anstrengend.